Wir werden den nie hochkriegen. Mit einem kleinen Schwanz wäre das Ding aerodynamisch gleich viel aktiver. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, wir hatten eine Freundin, als wir in deinem Alter waren. Wir haben jede freie Minute mit ihr verbracht. Spaziergänge, Filme, nur da liegen im Garten, die Sterne betrachten, bis ihre Eltern sie reingerufen und uns nach Hause geschickt haben. Wir waren sehr verliebt in sie. Daran erinnern wir uns. Und was ist aus ihr geworden? Wir haben sie dann geheiratet. Sie hat sich irgendwann von uns getrennt, aber wir haben sie nie wieder gesehen. Danke für diese aufbau- und hoffnungsfrohe Parabel-Cue. Ich kann es kaum erwarten, mich zum ersten Mal scheiden zu lassen. Ich kenne keine Mädchen in meinem Alter. Und ich glaube, alt werden ist ziemlich langweilig. Alte machen immer nur, die machen immer dasselbe, Tag für Tag für Tag. Es ist so, als würde man immer wieder und wieder denselben Song hören. Ja, vielleicht ist ein guter Song. Wäre möglich. Aber nach einer Weile, ich würde eben alt. Halt ab, verschwindet, los! Weißt du, ich bin 15. Ich bin 15 und trotzdem langweilt mich das meiste schon zu Tode. Jetzt überleg mal, wie das ist, wenn ich so alt bin wie du. Ich glaube, ich brech gleich zusammen. Ich muss was essen. Lust auf ein paar Hot-Dogs-Cue? Zwei Wiener für zwei Würstchen. Bekommen wir etwas Relish auf unseren? Na klar doch, kriegst du. Warnein? Vielen Dank.